Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der letzte Zauberschutz anzunehmen bei Geistwandler Ebenhorn im Hochberg, an dieser Position. Liege auch kurz in die Höhe, damit ihr einen besseren Überblick habt, wo er steht. Also ich bin hier ganz an der Spitze. Ist die folge Quest von Flüstern in der Finsternis und Essen und Schatten. Nehmt die Quest mal an. Nun darf man hier in die Hölle hineinlaufen. Wie ihr seht, sind hier auch Mops drin, die darf man töten. Nun den Gipfelzauberschutz benutzen. Und die Quest ist bereits zur Abgabe bei Geistwandler Ebenhorn im Hochberg, an dieser Position. Ihr habt ja am Anfang gesehen, ich bin ja in diese Hölle hinein gelaufen. Danke fürs Zuschauen, hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao! Tschüss! Ciao! G breast记ертв!